Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 30. September Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat uns viel Gutes getan und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Apostelgeschichte 14, Vers 17 Tatsächlich, hier spricht der Apostel Paulus von der Predigt des Butterbrots. Es war in der kleinasiatischen Stadt Listra. Dort war Paulus mitten in einen heidnischen Opferdrubel hineingeraten. Gerade zu erschrocken springt er unter die Volksmenge und bezeugt den einen lebendigen Gott. Ihr solltet ihn kennen, ruft er, denn er hat eure Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Das sollten wir hören, wenn wir das Erntedankfest feiern wollen. Merkwürdig allerdings drückt sich Paulus aus. Müsste es nicht heißen, er hat unsere Mägen gefüllt mit Speise? Ein moderner Übersetzer hat ihn korrigiert und es so gesagt. Gott hat uns Speise gegeben und unsere Herzen mit Freude erfüllt. Aber im griechischen Grundtext steht nun wirklich, er hat unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Was will denn das sagen? Wenn Gott uns das tägliche Brot gibt, geht es ihm dabei um unsere Herzen. Jedes Butterbrot, das wir essen, sagt uns, Gott wirbt und ein Herz. Jedes Butterbrot predigt, Gott will dein Herz bewegen. Dass wir doch diese Butterbrot-Predigt hören wollten, dann wäre jede Mahlzeit ein kleines Fest. Aber nun haben wir so harte, so taube Herzen, dass wir diese Predigt des Butterbrots nicht verstehen und nicht hören. Ja, so hart ist das Menschenherz. Darum hat Gott, dem es wunderbarerweise so sehr um uns zu tun ist, noch ganz anderes eingesetzt, um uns zu gewinnen. Er hat seinen lieben Sohn, den Herrn Jesus gegeben, in den Tod gegeben, für uns. Himmlischer Vater, wie sehr mühst du dich um uns weggelaufene Kinder. Wir danken dir. Amen. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön.